Ja, so kann man es auch machen. Ich laufe mal einfach nach oben. So. Hier dürfte eigentlich zu sein. Oder auch nicht. Die machen wir mal eben kaputt. So, und dann mache ich die mal kurz da auf. Denn die Moneten brauchen wir. Wir sind jung und brauchen das Geld. Oder die Goldstücke, was auch immer. Okay, das sieht doch gut aus. Ach du meine Güte, jetzt haben wir da hinten. Nein, geh weg von mir. Schon wieder so eine blöde Kuh, ey. Ja genau, port dich weg. So, ganz wichtig. HP und MP. Speed ist mir nicht so wichtig. Super. Ja, das hätte ich zwar auch sehr gern alles, aber lieber so als gar nicht. Ja, da haben wir noch einen Bronzeschlüssel. Ach du Scheiße, ey. Und dann noch an zwei Statuen. Und eine Pflanze. Oh mein Gott. Und so ein Magiertyp. Na klar. Ich glaube, das werden wir nicht überleben. Und wenn dann nur ganz schwer. Oh man. Ja, wenn ich wenigstens dran kommen würde, man. Okay, der Mage ist schon mal tot. Das ist sehr gut. Die Pflanze auch. Wow. Okay. Okay, dann räume ich hier schon mal auf. Auch wenn ich lieber dahinten helfen sollte. So. Ja, wie kriegen wir die jetzt down? Noch eine Pflanze. Wollen die mich verarschen? Alter, ich gehe drauf. 4 HP. Na gut. Dann hole ich mir halt den Trank. Komm, die erste dürfte doch gleich schon Platz sein. Keine MP mehr. Toll. Ach, das Vieh frisst auch noch meine MP auf, oder was? Hm. Und warum rennen die an dem silbernen Schlüssel? Ja, nee. Ist klar. Naja, okay. Lieber Feuer als... ...als dieses scheiß MP-Vieh. So. Und jetzt hole ich mir noch die MP-Kugel da. Gut. Boah. Das war aber auch echt mies jetzt, ne? Outro. Oui. Woe, boah. Mhm. Okay. Mhm. Mm. Mhm. Ich habe drei. 2 Äpfel Oh komm verreckt doch, danke Und dann gleich mal 2 Mage, supi, und meine MP ist gleich 0 Na gut, okay, die haben wir schon mal weg Die können wir vergiften so ein bisschen Genau, sterbt von alleine 999 Scheiße, keine MP Wow Nein, du kriegst mich nicht Och, nicht schon wieder so ein Vieh Tatsache, oh mein Gott Na toll Und wo ist jetzt der Checkpoint? Ich hoffe, ich bin nicht ganz so weit weg Dürfte rein theoretisch hier gerade außerhalb sein Ja, Gott sei Dank Okay, die haben wir So, okay, supi Wahrscheinlich können wir, was ist das? Da ist ein Schalter Okay, dann haben wir da die Münze Und wie kommen wir da wieder hin? Dürfen wir jetzt Ne, wahrscheinlich kommen wir da jetzt raus Oder so Wow Wow Und wir laufen ihm alle hinterher Na toll Hätte ich vielleicht mal auslassen sollen Okay Okay, gucken, dass wir hier nichts vergessen Hier mal ein Checkpoint Gott sei Dank Das heißt, wenn wir mal verrecken sollten, müssen wir nicht den ganzen Weg von vorne latschen Okay Okay, er macht den Kommt er denn da dran? Ich nicht als Mage oder als Warlock Warlock Er aber schon Toll, jetzt kokele ich Supi Na geil 13 HP Und ich brauche unbedingt was zu knabbern Das lohnt sich ja hier unten richtig lang zu gehen Ich weiß gar nicht, wofür das ist Aber ich denke, ich werde es einfach mal versuchen Allerdings ist das mit diesen Blauen Dingern nicht so toll Egal, wir laufen mal einfach Ach, hier war schon jemand Sehr schön Dann bin ich jetzt umsonst hier rumgelatscht Okay, gut Kein Problem Alles gut Okay, gut Wir kaufen uns einfach mal wieder einen Trank Und zwar den hier Oh Mann So Jetzt mache ich den hier nochmal einmal voll machen und gut ist Und dann gucken wir mal, was wir hier so schönes noch machen können Beziehungsweise machen müssen Oh, 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 oh Wahnsinn Was zum Teufel war das? Das gibt's doch nicht Das gibt's doch nicht Jetzt muss ich Leben kaufen, ey Das geht immer gar nicht Wie viel Cash habe ich? 17k Na komm Na Kräpiert So, der ist weg Der ist auch weg Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn Wahnsinn So Wo kommt der ganze Haufen her? No Das ist ja auch mal geil. So kann man auch die Viecher vernichten. Einfach mal auf die Fallen hier locken. Gut, okay, dann haben wir hier auch alles fertig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, das haben wir fertig. Meine HP ist schon wieder sehr knapp. Aber da muss ich jetzt durch. Ich mach mal hier den Speicherpunkt an, also den Checkpoint. Für jeden Fall, dass ich gleich verrecken sollte. Oh, warum kriege ich gerade die ganzen Viecher ab, Mann? Na toll, ich wollte gerade sagen, oh bitte fang nicht an zu brennen, ey. Ja, toll. Juhu. Halleluja. Da haben wir schon wieder eine Pflanze oder immer noch. Ich weiß nicht, anscheinend war hier schon jemand. Ich war hier zumindest noch nicht so weit, wie ich mir das da vorstellen kann. Okay, sehr gut. So, dann wollen wir doch mal gucken hier. Auf jeden Fall hier nach oben. Zack, den haben wir gekauft. So. Dann wollen wir mal gucken. Irgendwo müssen wir ja lang, ne? So, ich glaube, von da kommen wir. Ah, da ist die goldene Tür. Also das heißt, wir müssen hier lang. Hier in die goldene Tür rein. Oh, ich... Ja, praktisch, wenn man das so rumwirbeln kann. Ja, ich darf mir auch nicht fiubern. Ja, Entschuldigung. Ja, ich favorite... Vielen Dank.